Ich kann ihn nicht sehen. Also ich schau, ich halte mal Ausschau. Ich schau mal nach oben, echt. Weil die Flashen jetzt voll? Der ist Colin gleich voll Flasht, wird ausgenockt. Ja, meine Flashe ist einfach bei mir im Haus liegen geblieben. War wohl doch keine Flashe, oder? Wow! Ich komm rüber. Ich glaub die Flashe ist bei mir im Haus hängen geblieben. Ist die da rein geflogen? Die ist irgendwo da rein geflogen, bitte. Okay. Doch, ist sie, oder? Junge, dieses Spiel, Alter. Alter, ich hab schon wieder die Flashe rübergezogen, aber er hat sie nicht getauscht, Alter. Wollen wir mal ein Spiel spielen? Nein. Wenn du willst, brauchst du einen Flash-Hide für eine Sniper-Rifle? Oh, Jungs! Wo bin ich? Wollen wir mal in den Flashe, oder? Ich komm jetzt nicht zu spiel, du da. Wollen wir mal in den Flashe zu spiel, du da. Wollen wir mal in den Flashe, oder für die Sniper-Rifle? Wollen wir mal in den Flashe zu spiel, oder? Was ist die zweierbeste dann? Na ja, zum Glück hab ich den First-Age oder da. Da hab ich wohl gespielt. Da hat das Spiel für nur ein. Ich glaube, ich kann fliehen. Das wollte er leider. Versuche ich mitzunehmen. Natürlich hört er mich. Junge, die hat ihn aber auch. Die hat mich da rausgekickt. Juhu, wie auch schon. Lel.